Nein, pixeliger Mennooo. Ne, das hast du gesagt, hochauflösend. Du hast doch gesagt, am liebsten in 16k. 16k's Digi. Wo muss ich denn hin? Da hinten? Chima Leon erreichen. Achso, das ist dann jetzt... Soll ich es nochmal mit dem Heli versuchen? Probier's nochmal. Was soll da schon schief gehen? Ein Mixer kann das. Barney. Jetzt sagst du Barney zum Mixer, siehste. Erreichen. Wir werden es auf jeden Fall erreichen, das kann ich schon mal sagen, aber ob lebend, das weiß ich nicht. Laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Beeil dich. Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Oh, wir haben tatsächlich den Countdown. 5 Minuten 40, na geil. Okay, wir haben bestimmt wieder... Soldaten nähern sich, Rico. Ich kümmere mich um... Okay, ich bin da. Gut, platziere den Scanner an... Nein. ...neben dem Raketensilo. Wenn ihr raffiniertes Barbarium-Index hat, die Rabelle möglicherweise ein Barbarium-Gefechtskopf. Sehr gefährlich. Kann ich die übernehmen? Kann ich nicht. Fuck, 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 fuck. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter. Da ist auch noch einer. Scheiße. Er fliegt wieder. Ja, du sagst es. Du bist tot. Wiederholen. Ich hoffe aber, ab Checkpoint, bitte. Nicht übergeben, übernehmen. Wenn, ey. Ach, Mann. Okay, ich bin da. Gut, platziere den Scanner am Gitter neben dem Raketensilo. Wenn ihr raffiniertes Barbarium entdeckt, hat die Ravello möglicherweise ein Barbarium-Gefecht. Sehr gefährlich. Hier soll ich nur noch eine Minute. Warum? Da unten? Okay. Da sind ja schon wieder Facepalms. Was ist das jetzt? Ah. 83%. Was ist denn da abgeplüppt? Hallo. Die mag den Facepalm, ja. Hat sie von Scrantox. Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Was denn? Ich hab den Scanner, Sheldon. Wo bist du? Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt's leckere Kuchen. Oh, Junge. Was zum Teufel? Warum? Einfach nur warum? Ist jetzt mal gut. So. Ist doch ein gutes Gefährt, oder? Als Scrantox fehlt die, wie hier. Vielleicht soll er noch arbeiten. Sollen wir den Heli nehmen? Was kann da schon schief gehen? Sheldon erreichen. Wie weit ist denn das? Ein Kilometer. Komm, ich nehm den Heli. Äh, Richtung. Achso, Alarmstufe erstmal zurücksetzen. Das geht doch hart, oder nicht? Jetzt aber. Ja, nicht so wirklich. Nichts. Was soll da schon schief gehen? Ja, das war der Heli. Ich hab's nicht mit Helis. Aber ich wäre doch nicht müde, es weiterzuprobieren. Gleich stirbt der nächste Heli. Was? Stehst du eigentlich die ganze Zeit? Was? Äh, nein. Sieht das so aus, als würde ich stehen? Es war kein Standtisch hier. Ich sitze. Oh, Puppes. Wo muss ich denn hin? Ah, entkommen. Sheldon erreichen. Da. Sieht so aus. Echt? Ja, ich sitze halt gerade. Nee, 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 ich sitze schon. Das ist ein Sitztisch, genau. Das ist ein Rippfisch. Der ist schon ein bisschen lahm, oder? Darf ich das vielleicht mal haben? Oh. Ich fühl mich dann immer sch- Alter, das ist eine Möhre. Schlecht, wenn ich das mache, aber... Naja, es ist wohl aller. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da kann man direkt gleich aufräumen wieder. Wir fahren jetzt aber erst mal zu Sheldon. Meines Schützes, die euch durch alle Unwühle des Lebens geleistet haben. 1.000 Jahre später. Frechheit. Ist da noch irgendwo was zum... Überleg dir mal, wie viele Menschen im Gefängnis sitzen, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Was denn? Oh. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Sheldon. Ich glaube wirklich, dass du eine bessere, liebevollere Welt erschaffen willst. Hier ist dein Bavarium-Scanner. Verbindlichsten Dank. Schön, dass du mich besucht hast. Gerne. Wir waren das. Hui, hui. Mission abgeschlossen. Konkurrierende Interessen. Weiter. Mögliche Guerilla-Aktivität. Guerilla-Aktivität? Besiegen. Mach ich. Achtung. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Sofort. Okay. 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 Das dauert vielleicht auf jeden Fall mal ein bisschen den Mühlen. Haben wir auch wieder. So, man schickt das Gefährt. Okay, dann machen wir es mal wieder ein bisschen mit voll. Boah, trifft doch mal eh. Ich treffe doch. Ich treffe doch. Den Pistolen auf die Distanz ist ein bisschen blöd. So, jetzt bringen wir wieder ein bisschen Muni. Das ist richtig schick. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Haben wir auch noch mal. Äh... So... Was? Die Person eliminieren. Was? Zeit für ein bisschen Action. Tod durch Beinschoß. Ach... Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Verste Den Papa berühren. Ich kann es nicht machen. Das ist doch ein Heli-Töten. Doch, wir töten jetzt ganz viele Helis. Super viele Helis gehen jetzt hier drauf. Da wollte ich hin. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Warum stand er auf einmal unterm Heli? Face beim Ripp, Face beim Ripp. Felix, hi! Guten Abend. Nein, das war kein Loot. Das gehört ganz einfach dazu. Nein, nein. Du bist ein Loot. Du bist ein Loot. Du bist ein Loot. Du bist ein Loot. SWIFTS. Du bist ein Loot. Nein. Wo bin ich denn jetzt hier? Haben wir die angegriffen? Fortalezza? Was denn hier? Wieso ist hier ein Sternchen gewesen? Ich will das noch mal dahin. Ähm, Moment, wenn ich mich recht entsinne, ist das eine Basis in der Nähe? Das ist, glaube ich, ein Heli. Danke fürs Erinnern, ja. Guck mal!